Maranatha, der kommt, eine Andacht von Alan White, 27. Juni, Berufung aufs Sonntagsgesetz. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Matthias Kapitel 24, Vers 9. Wenn die Bewegung für die Durchsetzung der Sonntagsheiligung noch kühner und entschlossener vorgeht, wird man gegen Menschen, die die Gebote halten, das Gesetz anrufen. Geld und Haftstrafen werden ihnen angedroht. Einigen wird man einflussreiche Stellungen anbieten, den anderen wieder Belohnungen und Vorteile, um sie zu veranlassen, ihrem Glauben abzuschwören. Doch ihre standhafte Antwort lautet, beweist uns aus der Bibel, dass wir falsch liegen. Die vor Gericht gezogen werden, verteidigen die Wahrheit äußerst wirkungsvoll, was einige der Zuhörer zu dem Entschluss veranlasst, alle Gebote Gottes zu halten. Dadurch wird Tausenden Aufklärung zuteil, die sonst diese Wahrheiten nicht kennengelernt hätten. Gewissenhafter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes wird als Rebellion behandelt werden. Durch Satan verblendet werden Eltern harte und strenge Maßnahmen gegen das gläubige Kind ergreifen. Der Meister oder die Chefin wird den Angestellten unterdrücken und der die Gebote hält. Das Band der Zuneigung zerreißt, Kinder werden enterbt und aus dem Haus geworfen. Die Worte des Paulus werden sich buchstäblich erfüllen. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 12 Wenn die Verteidiger der Wahrheit sich weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, werden einige ins Gefängnis gesteckt, einige verbrannt, andere wie Sklaven behandelt. In dieser Zeit der Verfolgung wird der Glaube der Diener des Herrn auf die Probe gestellt. 3. Timotheus Kapitel 4 Vers 12 Die Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, scheint ihre Fähigkeit weit zu übersteigen. Sie werden mit dem Tod bedroht. Die Begeisterung, von der sie früher angetrieben wurden, ist dahin. Doch können sie nicht mehr zurück. Schließlich suchen sie im Bewusstsein ihrer äußersten Hilflosigkeit beim allmächtigen Zuflucht und bitten ihn um Kraft. Maranatha, der Herr kommt. Schenke, der Herr kommt. Schenke, der Herr kommt. Schenke, dass Sie sich dort in denigen Zuflucht wenden, machen diese Sprache bleiben. Schenke geht es in den Zuflucht.